15.000 Menschen, mehr als erwartet. Mehr geht nicht. Bis weit hinter den Haupteingang Carré stehen sie. Mittendrin steht er, Jan, Busfahrer aus Tonndorf. Warum sind Sie eigentlich hier? Um ehrlich zu sagen, es geht um die Dame aus den 80er Jahren, Kim White. Das ist 20 Jahre her, der 20. August, nein, der 22. August 1992, Parkhotel Bremen. Heute auf den Tag genau vor 22 Jahren, auch Radio Bremen, damals Jörg von Thora, die Sendung Canapé. Ob Sie sich noch erinnern können an unsere gemeinsamen Fotos vor 22 Jahren und vor 20 Jahren, das würde ich Sie schon mal fragen. Das Meet & Greet hatten andere gewonnen, NDR 90,3-Hörer. Aber wenigstens ein Autogramm würde Jan gerne bekommen. Jetzt kommt das Finale dieser gigantischen Sommertour. Hier ist Kim Wilde! Nebst Blick auf seine Lady gibt es dann doch noch eine Überraschung für Jan. Wir sehen uns, als ob wir ein Tag gehen, nicht wahr? Schau an sie! Sie hat gesagt, Sie sollten mal ausgehen. Ja, also meine Telefonnummer gebe ich ihr gerne. Insofern, an mir soll es nicht scheitern. B75, Partymeile, Sommertour-Standort Feierei. Dran denken bitte beim nächsten Mal drüberfahren, über den Verkehrsknotenpunkt. bis jetzt mal. Ja. Wie ist mir das? Dran denken sich hier, Baby.